Hallo liebe Leute, heute geht es darum, Lenden richtig schön zart hinzubekommen. Hier habe ich zwei Lenden, die werden in ganz heißem Fett auf jeder Seite circa zwei Minuten angebraten. Danach kommen sie in einen auf 90 Grad vorgeheizten Backofen. Und dort verbleiben sie circa eine Dreiviertelstunde und dann sind die Lenden butterzart. Gewürzt werden die Lenden natürlich auch. Ich mache es hier einfach nur mit Pfeffer und Salz, nachdem die Lenden von beiden Seiten angebraten sind. Die kommen dann so gewürzt in den Backofen, wie gesagt für 45 Minuten bei 90 Grad. Und dann sind die Lenden fertig. Man sieht, wie rosa zart das Fleisch geworden ist. Ich habe noch ein bisschen Blumenkohl, Kartoffeln und Sauce Hollandaise drüber gemacht. Letztes Mal habe ich es mit Spargel gemacht. Das sah auch super aus und schmeckte toll. Also guten Appetit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020